so da bei dem camp waren wir also ist jetzt hier am kaputten haus wo ist eigentlich eine kette alles gut genau da haben wir gekämpft ein rabe ein rabe ja also ich bin gefickt tut mir leid aber ich muss mich opfern die haben ja nur ein leben ich nur ein leben ich treffe aber nicht alle also mit donnerwurge treffe ich ein paar so die hälfte ungefähr ich will einfach ein kleines flächelchen das ein bisschen feuer unter dir macht das reicht doch was ich schon egal ich habe gekostet dann habe ich dich umsonsten dran gesteckt jetzt ist meine chemie flasche dafür weg wir sollten uns bei sowas besser absprechen also schließt idee war besser jetzt schlafen wir in der kneipe sind ach wieso nicht mittendrin hier warum ist denn rambock was ist hier passiert also kann ich direkt wieder die zwei lachs ausrüsten hab da so ein gefühl stepp forward and keep your hands off your weapons easy he's with me come jaheira ja Ah. Ich wünsch die Leute würden einfach mal anlose. Ich kenn's schon wieder alle. Der geht zum Hass. Fremde. Die Hatred, Stranger. Not yet, at least. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know... ...it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. You should never have come here, true soul. I'm gonna have come here, true soul. Ich hätte gerne echt mehr FPS, ich weiß nicht, was gerade los ist. Warum? Können wir aufhören, bitte jedem, dass wir zeigen, dass er einfach nicht vor hat? Hier, guck mal, was ich habe. Enlighten me. Now. Hier, bitte. Ich habe ein... Oh, wof. Ja! Nice. All clear, all clear. Und warum du, der Enigma, den du bist, plötzlich überraschst unseren Weg. Aber ich bin alt und weiß genug, um eine Schlange von Hoffnung zu erinnern, wenn es aus dem Schmerz geht. Fähne. Warum kommst du hier? Oh, das ist schön hier. Oh, das ist schön hier. Oh, 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 oh. Das ist ja nicht so. Ja. 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 Oh, oh, oh. was geht gerade los hier ich sehe gerade komplett broken irgendetwas haben die hier gemacht was meine fps einfach tötet und mit tötet meine ich extrem tötet ok das ist besser ich darf grundsätzlich stehen lassen soo fackeln 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 ausultritt was ist das für ein symbol was was schnee da hat ist bei mir so ein symbol an deinem charakterfenster ach so weil du handelst ja ich bin kurz auf den klo bis gleich glühender stark und kampf starb schon wieder aber auch mit ziemlich richtig guten schild schild der hingabe und hast sogar noch schildschlag drauf sehr selten das ding ist teuer als fuck ich habe gehört ich höre mal ein bisschen alchemistenfeuer mit was 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 kränken aufs machen schwert des lebens entzug ja und dann kann ich jetzt wenigstens noch normal angreifen Also unser Spiegel ist wieder hier. Der von oben, der bei den Ruiden war. Der von oben, Smithy. Es sollte sein Schmerzen sein. Aber Infernal Metal ist wie ein Wild Horse. Powerful, exuberant. Es würde dich töten, wenn du die Technik brauchst. Ich kann ein bisschen sensieren. Ich rieche es fast. Somewhere in der Nähe. Untergrund, vielleicht. Out da, in den Schatten. Wenn du ihn findest, bringst du ihn mit mir. Ich mache etwas unglaublich. Warte mal, ist der Höllenmechanik? Ja, scheinbar. Hm. Nice to know. Ja, ich denke mal, wir müssen gleich nochmal mit Karlach wiederkommen. Ja. Hm. Some of us had it easier than others. The baker, the schoolmaster. When Altarrel was swallowed up, they could do little but survive. As for me, I would say I enjoyed my time there. But it was certainly It's totally instructive. Ah. Hm? Ich habe... Warte, ich bin jetzt gerade wieder gekommen. Vor dem Satz, den er gerade gesagt hat. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das vor oder nach der Story Descent into Avernus? Aber das ist jetzt... Das ist nach der Story, weil er gesagt hat, nachdem Altarrel darunter gezogen wurde. Ich hole mal Karlach und Metall. Wo ist meine Kiste? Der kann das verarbeiten. Und sie hat mir gerade gesagt, dass das Metall, was ich habe, das daraus ihr Herz gebaut ist. Hm. Und will mit mir reden. Oh mein Gott, Soldier. Das ist Jahira. Die Jahira. Okay. Sie kennt scheinbar Jahira. Moment, das ist Baldess Gate 2. Mhm. Willst du ein Autogramm holen? Und noch mal reden. Also, hey, wir haben diese Soul-Coin, oder? Die Sache ist... Ich denke, ich kann es nutzen. Mein Auto kann es trotzdem. Zaryl hat mich immer wieder aufgetragen, wenn sie mich nach einem speziell wütenden Ziel zu gehen wollte. Eigentlich. Oh ne. Bitte nicht hier, wo... ... NPCs sind. Und dann gehen wir mit dem Schmied. Aha. Ich dachte, ich sensed ein Infernal. Was bist du hier? Ja. Das ist heiß. Das ist heiß. Ich bin sehr heiß. Ich bin sehr heiß. Ich bin sehr heiß. Ich denke, ich bin sehr heiß. Ich bin sehr heiß. Aber ich brauche einen Infernal-Iron und viel Glück. Ich bin sehr heiß. Du bist ein Infernal-Iron und viel Glück. Ich sehe ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Ich denke, das ist, wo mein Herz sollte sein. Das muss wohl die Erfahrung sein. Gib mir einen Moment. Und ich denke... Da. Du musst ihn installieren, ich glaube. Ich glaube nicht, dass es in jedem Raum genug genug sind, um mich zu retten zu retten. Also mich würde sehr interessieren, wie dieser Prozess aussieht. Ich würde sagen, es ist ein Reißverschluss in der Brust. Gut. Ich bin noch immer heiß, wie hell. Aber ich fühle mich weniger... ...machbarbar. Cheers, Mann! Das war's. Ich bin noch nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab' noch drei. Ich hab' noch drei. Und wieder mit dir? Ich hab' irgendwo ein Stück eisiges Metall. Kannst du ja mal suchen und gucken, ob du's mir rüberschieben kannst und was auslöst. Wobei, wahrscheinlich müssen wir trotzdem erst warten, bis er... ...die Idee hat. Es war's. EZ können wir sie erst mal wieder zurückschicken ich werde das leben sind die brücke nach hinten ist vermied schön kriegsamer aber nix sinnvolles ich habe eine rüstung gefunden 17er rüstungsklasse seltene schwere rüstung erhält energiekanalisierung wenn hiebstich oder wuchschaden erlitten wird was auch immer bild guck mal an die nordseite von dem anwesen auf dem balkon ja ich weiß was du meinst leuchte frau ja ja ist so ein bisschen behindert mit der kamera da hinzukommen aber ich geh mal rein hier ach der junge ist wieder hier der die den ring angedrückt andrehen wollte und die barren auch die We were ambushed out in the cursed lands, cultists of this absolute Zevlor froze begged us to surrender, but they were toying with us, making exactly what we had and we had enough of taking it. The other ones, maybe the cult got them, maybe the curse. Okay, they were overfallen. Zevlor had hope, it didn't save him. A little sense or service better, I think. But, thanks. It was sweet of you to try. Zevlor ist entweder tot oder gefangen genommen. Ah. You're all right, thank goodness. I was worried they got you too. I keep replaying it. Over and over in my head. They lined us up like dogs. Asherak was with the kids. Telling them it was gonna be alright. Maybe that's why they picked him. Told him to kneel, they took his eyes first. Then his tongue. It just, it just never stops. Roland of all people saved us. He said he stayed in the grove because of you. I'm damn glad of it. Without him. Well, none of us would be here. Yeah. I have been talking about him. I'm sorry. I have to be a conversation about him. Yes. He shielded me and the kids while his brother and sister rushed the cultists. Kall und Lea wurden weggebracht, mit den anderen. Roland ist nicht so gut. Kein von uns sind, ehrlich gesagt. Wie machst du das? Wie stimmst du weiter? Jules. Hart's Requiem, richtig? Die Heroin übernimmt eine Krieg und wiederentwickelt ihr Leben, stärker als immer. Eine Geschichte wertvolle Erinnerung. Especially jetzt. Du hast so viel für uns gemacht. Aber ich muss mich fragen, die anderen vielleicht noch draußen sein können. Wenn sie nicht sterben, sie sind in der Moonrise. Und Gott hat Gott auf jemanden in der Hells-Pit. Danke. Wenn jemand es kann, du es kann. Just be careful up there. All right? I can't handle anyone else dying. Have a gang there is the finest stock. Äh. Äh, was? Ja, kommt mal ran hier auf den Zentimeter. Ich habe die Treppe noch nicht gefunden. Unten. Was? Und du denn oben? Ah, ich war noch nicht fertig mit meinem Rundgang. Ja, aber hier sitzt jemand am Tisch. Ist mein Freund am Tisch? Nein, Raphael mit 666 Leben. Gehen wir aber lieber reden. Da ist auch die Treppe. Oh. Ja, Raphael mit 666 Leben. Oh. Ja, Raphael. Ja, Raphael. Ja, Raphael. Gegen den besten Gegner, oder was? Ja, das war genau unser Plan. Ja, Raphael. Wie ist das für Kalimsham-Rolls? Bravo. Lovely work. Ich sehe, ich war richtig, dass ich dir das offer gemacht habe. Du wirst, das nicht wahrnehmen, nicht wahr? Uh-oh. What a lovely specimen she is. A blushing apple, begging to be plucked. The Thescan move suggestion was inspired. I had no idea you played. I can most certainly believe it, but don't you worry about Maul. It goes without saying, she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend. Haha. Well, there's my bread and bloody butter. Alter, ich hab grad fast noch weggegengedrückt, weil Schnees Symbol bei mir unter dem Text aufgetrotzt und nach oben geklopft ist. Oh, der kann handeln. Nach mir, ich handel mit Maul. Fastlight's best bargain is right here. Soll ich ihm das noch am Kopf werfen? So ein leeres, haltet euch gefälligst von Maul-Fame. Keine Ahnung, ob das was bringt. Sie hat gewonnen. Sie hat einen Garten für das jetzt. Sie wird derjenige, der mich zu kommen. Aber genug über meine weniger Begrüßungen. Warum beinahe ich mit Trifeln, wenn ich in der illustrieren Perspektive des meines Lieblingsstufs. Warum sieht der Typ Ian McShane so absolut ähnlich? Ich bin der Typ, aber ich hab noch nicht mehr so viel zu sehen. in the middle of the night thinking strange things dreaming strange dreams and there's this little voice inside of you asking is this my will or is it the worms but you have no answer and no one of knowing the good thing is though there's only one little voice you really should listen to mine see you soon nice puff here's the threat that's a hairlose cat as his majestate uh wait at least it looks like a hairlose aus yes i say yes Nein. Nice. Geht direkt. Was? I call myself His Majesty. It was quite straightforward. I slinked. Plenty of pointless banging about. The only highlight was when the cleric here promised me a bit of milk that is yet to materialize. My conclusion? She's a liar. I'd rather die. Aww. I've tried it. We need more Viecher for the lager. Yeah, we have another elephant or something. Let's talk about Rowland. Good. Will we son? There's another bottle of Arabellan Dry back there. Put us on the bar, then piss off and leave me alone. Jahira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jahira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. They were. And you should have been there to hear their screams when they were dragged away. If you hadn't filled their heads with all that self-righteous heroic crap at the Grove, none of this would have happened. They're my responsibility. You go save the world, or your own ass, or whatever it is you do. I'll fix this. Da kann jemand mit dem Verlust umgehen. Na, hab du schon alles durchgelootet? Oh. Hier ist der große Besprechungsraum. Äh. Also außen ums Gebäude bin ich schon einmal rum. Ja, der große, ich gehe mal in den großen Besprechungsraum. Mal gucken, ob das passiert. Da ist wieder die Ratgeberin des Erzherzogs. Ja. Und mit dem so einem großen Raum. Mit dem Gespräch. Willi ist weg? Just keeps going with the bloody Song. Nothing of use on his person. His original writ of duty. Signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. Ich glaube nicht, dass Sie einen Weg in die Towers gefunden haben. Ich glaube, dass Sie alles tun, was Sie können, um den Duke zu retten. Aber wenn Sie nicht einen Weg finden, dann gehe ich nach Baldur's Gate, um die Reinforcement zu suchen. Der Künstler hat eine Pigeon-Karrier-Pigeon, mit dem die Stadt beschäftigt mit Absolutist-Attacken. Der Stuhl-Watt ist stark. Ich möchte, dass Lord Gortash ein paar von ihnen in den Fyter-Gate's Moonrise schützen. Die Künstler wird ihnen nicht verletzt. Du kennst den Namen Gortash. Ein Künstler, mit sehr starken Influen auf der Baldurian-Industrie und Politik. Aber er ist kein Lord. Lord Gortash ist der Mann, für die Kreation der Stuhl-Watt. Es ist kein Wunder, er hat den Titel gewonnen. Der Stuhl-Watt ist die Zukunft der Kriegung. Gondi und Automatons, die in die Kriegung werden können, ohne die Leben zu schützen. Es ist ein Wunder. Der Herr Gortash hat nur gewonnen, über die Prototypen, bevor ich und ich Raven-Garde für Elterell, aber auch sie waren verletzend. Mit der Stuhl-Watt-Watt, können wir den Stuhl-Watt, oder was die Ketherick zu machen. Ich bin sicher. Ich werde mein Bestes machen. Aber es gibt jede Chance, dass ich die Kulpsen der Kulpsen bevor ich die Stadt zu erreichen. Ich bin nicht auf mich, und ich denke, dass keine Hilfe kommen wird. Arbeit mit Jaheira. Die Harpers mind ist so stark wie die Kulpsen. Folle ihre Gelegenheit. Farewell. Wir treffen uns wieder, Gott sei Dank. Okay. Ein sehr großes Gebäude. nice. Bitte sag mal. Die kann man spielen. Nein, leider nicht. Was denn? Nicht? Kriegstrommel haben wir gefunden. Ah. Schade. Ah, sad. Ich kann mich auf den Hockers essen. Ist so blöd, dass man den Hocker nicht mitnehmen kann. Ich hab gerne nen Stuhl dabei. Du kannst eine Bank mitnehmen. ich habe die leuchte frau gefunden ist nicht schwer hier mit leuchte frau reden schwer ja wir gewinnen von saloon kurz Ich wusste nicht, dass ich ein Publikum hatte. Der echte Sein, der uns alle zu retten wird. Ich bin Isabel. Ich bin froh, dass ich Sie treffen. Bully für uns. Wir haben uns warten. Waiting, hoping against hope for someone like you, free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists, it's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess, Jaheira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. I thought you were a fight for me. I can't tell you about the lanterns. No, not sure. She can handle, but she has nothing, neither gold nor items. Yeah, the priests, they just want Almosen. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait, do you hear that? Something's wrong. Uh... 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 Ah... Isabel? Okay... This is a cool move. What happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me. And you can hear all about it from Catherick himself. Er hat Flügel von Catherick bekommen von den Absoluten? Hm. Äh, wo standest du mit der alten? Gab da nur so'n Gefühl. Oben links. Ne, rechts. Vom Eingang aus gesehen. Er war, warte Sekunden. My instructions are clear. Take the girl to Catherick. Alive. Hm? Warte, soll ich warten? Ja, warte, bevor du weiter antwortest. Ich will es ja verstärken haben, falls da was kommt. Also, er hat mir grad telepathisch gesagt, wahre Seele, meine Anweisungen sind klar, das Mädchen zu Catherick bringen. Lebendig. Plus 1 auf weiß halt. Klingt lustig, bin dabei. Hm. Na komm, wir probieren mal den Weisheitswurf. Easy. Hm. Feuer frei. Pathetic. The Absolut sees all. Your treachery will be punished. The Absolut. Of course. You can't believe them, Marcus. Catherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. He already has. He already has. He already has. Time to go, Isabelle. Time to go, Isabelle. Hey, der hat einen Hammer. Schnee, den du am Anfang hast. Hm. Plus 40. Ich wär tot. Eigentlich auf mich. Nee, die durfte ich nicht gehen. Warum darf ich eigentlich nichts machen? Weil wir noch nicht dran sind. Oh. Ja, geil. Explosionen. Ich werde ihn sichtbar. Ja, und vor allem, du bist halt tot dadurch. What the fuck? Du hast drei AP. Was hab ich auch jetzt hoffen? Das war Friendly Fire. Ja. Ja. Ja, das war absolutes Friendly Fire. Hier ist unser Hauptböse, aber der hat auch schon ein ganzes Problem. Warte mal, ich kann bestimmt, lass mich mal das testen. Das sieht doch gut aus. So, jetzt hat er ein paar negative Supermali. Und bitte. Ja, Schnee, bring um den Bonobo. Oh. Oh. Ich geh jetzt. Ach, das ist unter uns. Oh Gott, komm mal. er hat gedacht nein wo ist denn hier noch ein unsichtbarer also die kamera geht gerade kaputt von mir ist okay ich habe irgendwann einfach die losgelöst von den leuten hier geflügelte hakenschrecken 13 rk giftresistenz ich glaube kannst du sollte sie erst mal heilen oder schutzgeiste erst mal 21 schaden auf die boys also der boy hier hat meisterschaft schwere waffen bonus angriff beharrlichkeit dunkle hingabe vorteil berettungswürfen gegen bezaubert und verängstigt nach dem angriff mit oder ohne waffen kannst du gratis einen zusätzlichen angriff ausführen und wilder instinkt und gelegenheitsangriff alter lass die mal in ruhe ich kriegst auch noch ein nein ah wow wow will er abhauen nee er ist nach unten gegangen ähm ähm moin weißt du ich wollte von der eisfläche runter ich bin hingefallen konzentration verloren geile sache die druiden hilft uns wahrnicht die juckt mich fast weg und die macht meine zauber zunichte ja gut dafür dass du deinen check nicht schaffst kann die nix ja ja hm Ich hab mal ne Idee, das ist doch der perfekte Moment um was auszuprobieren. Ach, als ob! den boss haben wir schon mal gibt bestimmt guten der raum ist aufgeräumt ich kann mal wissen gab es irgendwann hinten ein buch wo effekte erklärt werden ja gab so ein ganzes kompendium wo alles erklärt wird ich weiß gar nicht mehr wo m und dann tutorials ist es da unter das bei weitem nicht alles dann so was was ich würde mal interessieren ich kriege immer nur gesagt also wenn ich meinen zweiten angriff als bonus aktion nutze die starren nach raserei das fügt jedes mal den malus auf meine angriffswürfel hinzu aber was für ein malus weil er steckt sich mit jedem angriff ich kann wissen wie hoch der malus ist was man zu rasen anspannung jetzt rasen anspannung wird er echt nichts bei nein dass du häufiger verfehlt es geht immer weiter bis deine raserei endet die gute frage gegner mäßig auch wir haben einen oben zwei unten die ich sehe und nun ist noch einer der richtig viel leben hat und er hat so ein bisschen weg und für mich bist du ja hier kann ich nicht helfen zumindest nicht gut ich auch gerade Oh. Oh, die Alte ist mir im Weg. Zielpunkt nicht erreichbar. Spring hin. Oh ja, schön. Da kannst du, glaube ich, hinspringen. Das ist bei dir, glaube ich, eine Hauptaktion, oder? Ja. Ja, schade. Sorry. Ja, bei mir ist es auch eine Wohnungsaktion, aber ich glaube, das liegt daran, weil da ein Zwerg ist. Aber bin ich sicher. Wir Snake Kiffil. So. 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 OK. Das ist hier hoch. ich gehe mal hier im raum helfen das geht im Boot ja ich bin nicht in nahkampfreichweite aber trotzdem habe ich nachteil weil nahkampfreichweite ja wahrscheinlich weil er eine höhere reichweite dazu 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 9 10 10 10 11 11 12 13 15 13 10 12 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 Isabel, bist du okay? Ich bin okay. Markus hat mit uns seit Beginn. Sie haben uns das ganze Zeit. Und das war kein randomer Angriff. Du warst der Ziel, Isabel. Sie wissen, wie wichtig du bist. Aber sie wissen nicht über dich. Ketherick wird wiederholen. Wir brauchen dich, um zuerst zu holen. General Ketherick Thorm. Remember that name? He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of Dark Justiciers beneath this very village. Alongside the local Druids, we made it our business to see him deposed. Dead and buried, but he's returned. Not only does General Ketherick Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding the army of the Absolute. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. A man... ...does not return from the dead, and becomes impervious to arrows out of nowhere. There is magic at work. Strong. Arcane. And most likely necromantic. He healed right in front of me, and chased us into the shadows. We took shelter here, and were considering a full retreat... ...until you came along. I don't know why he's waiting. Why he's not marching his army west as we speak. But as long as he remains, there's still a chance. You... ...are that chance. Protected by your artifact, you can infiltrate Moonrise Towers, posing as a true soul. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal, so we can make him bleed. Good luck. We are in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Ich hab's herausgefunden. Ich weiß es. Kenne den Plot. Pass auf. Der Anführer von denen, der Catherick, ne? Mhm. Das ist der Ehemann von der Frau bei der Vettel. Die hat ihn ausgegraben, nachdem die ihn umgebracht haben. Wir sind die Schulter dran. Oh. Why does a man like him do anything? Power, spite. Some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive... I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you... I hope I won't have to. Oh, we have to see if the cat is dead. Look at me. Marie writes... No mercy. For Catherick will have none on you. End this. Yeah. Kannst du dich mal hier verpissen damit... Hast du ihn schon gelootet? Ja. Er hatte einen weiteren Parasiten dabei. Jetzt haben wir zwei. Äh, Plattenrüstung. RK15, also die Medium Plate. Ah. Einen Knüppel plus eins. Hey. Einen Ring, der Unsichtbarkeit und Verschwimmen wirken kann. Ja. Und das war's so ziemlich an interessanten Sachen. Hätt... Hätt gerne seine... Seine Flügel gehabt. Einfach nur so. Wer will den Ring der Unsichtbarkeit? Wer hat noch nichts? Was kann der? Unsichtbarkeit und Verschwimmen kann der wirken. Wo das besser... Ich hab bisher einen, der nur Unsichtbarkeit kann. Ne, willst du einen Unsichtbarkeitsring? Hallo. Ich hab bei meiner Loop-Aktion draußen einen Cape gefunden, als ich eben ins Haus rumgerannt bin. Einen Cape? Ja. Ah, cool. Einen Roman. Ja. Der gibt nämlich einen RK drauf. Das ist völlig strong. Jetzt hast du mehr RK als ich. RK-Mitzen ist schon völlig nice. Und ich hab die sichere Rüstung. Wenn ich noch einen Punkt Geschicklichkeit schiebe, hab ich RK 20. Ja, du musst halt mit Schulz spielen, dann hast du eine höhere RK. So, reden wir mal mit den Kindern, weil ich wette, die sind jetzt traurig, weil Moll jetzt entführt wurde. Moll würde das gleiche für alle von uns. Du kennst es. Aber, wie können wir in Moonrise kommen? Wir können nicht gegen diese Shadow-Thinge. Wir können. Ich habe die Harpies-Aktion, und sie sind viel schmerger als Shadow-Thinge. Wir haben jetzt eine ziemlich lange Liste mittlerweile an Aufgaben, ne? Gucken wir mal, was Seine Majestät noch zu sagen hat. Okay, Seine Majestät will nicht mit mir reden. Alphira. Sie hat unrecht mit ihrer Aussage. Ihr habt keinen Verräter mehr unter euch. Das ist richtig. Ich hatte schon ein paar Aufmerksamkeit. In den letzten Jahren. Gerade in den nächsten Jahren. Wo sind diese Aufmerksamkeit. Im ersten Jahren, im Moment, gegen die Einladung im Gefühl zu sein. Wie ist das? geil ich habe geld bekommen und kannst du auch warte ich krieg noch mehr geld muss die leute ja irgendwie motivieren du bist wie so hier dieser anbieter oder hochbieter oder wie man das nennt der in der menge steht und bei einer auktion die ersten gebote macht damit es anfängt zu laufen okay so das heißt wir müssen uns hier das ganze reich vornehmen und dann irgendwann richtung richtung türme des mondaufgangs haben wir schon mit der uhr drüge ich habe gebracht hat sprich dabei wo sind sie hat was auch noch drin steht so drei Chaheigah Gebediah Ein Kind und ich kann nur ein Ratschmerz wenn sie auch Isabel haben Bagreid Wir müssen uns die Gefahr an der Moonrise zusammen Mit der Hilfe, wir haben jede Chance gemacht, dass es nur so ist Ja, können wir darüber reden, wie wir unsere Atombombe da ins Lager schmuggeln? Jeet! Okay, wenn wir darüber geredet haben. Ich will mal kurz, eine Viertelstunde oder so weg, mein Essen vorbereiten. Ich würde gerade sagen, dann würde ich fast sagen, statt vorbereiten, kannst du auch machen. Dass wir einfach jetzt einen kurzen Break machen, kann ich duschen gehen, auch kochen. Alles klar.